Wunderschönen guten Tag zum Unternehmens-Update mit Wissler-Silber auf Rohstoff-TV, meine Damen und Herren. Der Silberentwickler Wissler-Silber ist einer unserer Top-Favoriten für die nächsten Jahre im Silberbericht, neben Discovery-Silber und Maxilber. Wisslers Silber gab wieder sehr gute und überzeugende Bohrergebnisse aus elf neuen Bohrdeutschern bekannt, die die südliche Erweiterung der Ader Napoleon auf ihrem Silbergoldprojekt Panuco in Mexiko beheimatet. Die neuen Bohrergebnisse konzentrieren sich auf den westlichen Teil des Gebiets und sind Teil von Wisslers laufenden 90 Meter Ressourcen-Infil- und Erweiterungs-Entdeckungs-Bohrprogramm. Wir sind schon heiß auf die neue Ressourcenschätzung, die in den nächsten sechs Monaten spätestens kommen sollte. Ein Top-Bohrloch ergab 646 Gramm Silberequivalent pro Tonne über 10 Meter Ware-Mächtigkeit, aufgeteilt in 217 Gramm Silber über 3 Gramm Gold pro Tonne, 1,44% Blei, 5,44% Zink. In diesem Abschnitt fanden sich auch 3625 Gramm Silberequivalent pro Tonne über fast einen Meter Ware-Mächtigkeit mit 1323 Gramm Silberequivalent über 0,78 Meter Ware-Mächtigkeit. Ganz hervorragende Zahlen. Ein weiteres Loch ergab 1568 Gramm Silberequivalent pro Tonne auf 1,90 Meter Ware-Mächtigkeit mit 908 Gramm Silber über 7,3 Gramm Gold, 1,62% Blei und fast 5% Zink. Ein drittes Loch zeigte 989 Gramm Silberequivalent pro Tonne über 2,5 Meter Ware-Mächtigkeit. Meine Damen und Herren, das sind absolute Bestwerte und zeigen die hohe Qualität des Vorkommens. Michael Connard, CEO des Unternehmens, sagte, in vielen Unterweiterungsbohrungen, die auf die südliche Ausdehlung von Napoleon abzielen, durchschneiden weitere in hohe Silber- und Goldgehalte sowohl in der Hauptader als auch in den überlappenden Nebenstrukturen. Und er fuhr fort, wir haben nun mehrere Nebenadern identifiziert, die von der Hauptstruktur Napoleon abzweigen und sich sowohl in der Fußwand als auch in der hängenden Wand befinden und für zukünftige Erweiterungen offen sind. Am bemerkenswerdesten ist die flach abfallende Struktur Hanging Wall 4, die 646 Gramm Silberequivalent pro Tonne auf 10 Metern tatsächlicher Mächtigkeit, wahrer Mächtigkeit, agar- und neigungsabwärts offen ist. Wir betrachten das Napoleon-Gebiet weiterhin als primäres Ziel für zukünftiges Ressourcenwachstum und Erschließung. Von den sechs Bohrgeräten, die derzeit auf dem Grundstück im Einsatz sind, werden auf Napoleon mit einem Gerät Infillbohrungen durchgeführt. Und zusätzlich zu den Bohrungen freuen wir uns bekannt geben zu können, dass Vista bei Panucco 1,5 Millionen Arbeitsstunden ohne Ausfallzeiten geleistet hat. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein fürs Unternehmen, ein Beweis für die Konzentration und das Engagement aller Mitarbeiter und Auftragnehmer von Vistla, die an dem Projekt arbeiten. So der CEO Michael Kollert. Meine Damen und Herren, einfach super, so muss es laufen. Auch gab man positive vorläufige metallurgische Testergebnisse für das Copala-Ressourcengebiet bekannt. Gute Bohrgames sind das eine, aber eine hohe Metallurgie, sprich Ausbringungsrate, gibt der Ökonomie den notwendigen Schub. Die Gold- und Silber-Extraktion aus der Flotationskonzentrale betrug bei den Tests mit Nachmahnung durchschnittlich 96,4 bzw. 98,1% im Vergleich zu 93,7% ohne Nachmahnung. Die Gold-Extraktion schien nach 24 Stunden abgeschlossen zu sein, während Silber von einer Verlängerung der Laugung auf 48 Stunden profitierte. Die Gold-Extraktion aus den gröberen Rückständen lag zwischen 77 und 82%, während die Silber-Extraktion nach 48 Stunden Laugung zwischen 48 und 67% lag. Die höheren Extraktionen wurden mit der feineren Primärmalung erzielt. Die Edelmetallgewinne im Konzentrat lagen zwischen 76 und 82% für Gold und 78 bis 85% für Silber. Dies kann mit Sicherheit immer noch verbessert werden, aber so mal ganz hervorragende Zahlen. Man will in der nächsten Phase der metallurgischen Tests und der zusätzlichen Optimierung des Flowsheets bestätigen, dass das mineralisierte Material aus allen drei Primärzonen, die den Großteil der aktuellen Ressourcenbasis des Projekts ausmachen, mit demselben Flowsheet und denselben Extraktionskreisläufen verarbeitet werden können, indem man die Kombination aus Flotation und Cyanid-Laugung sowohl bei Napoleon als auch auf Tachitos testet. Wir sind gespannt und die Aktie ist deutlich zu günstig. Der Doppelboden um 1,30, 1,40 Dollar hat gehalten und wir sehen ein erstes Kursziel bei 3 kanadischen Dollar für die Aktie. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity-TV-App in Deutsch und Englisch sowie alles rund um Rohstoffe. Bitte beachten Sie die folgenden Disclaimer. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie einfach unseren TV-Kanal. Vielen Dank. Die besprochenen Aktien sind oder werden Teil des SAC Mining Special Situation Certificates und ich bin Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen und Servus aus Österreich. Vielen Dank.